Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal SilasF. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in diesem heutigen Video habe ich drei Tipps für euch, wie ihr Licht einsetzen könnt, um einen Produktshot auszuleuchten, einen kleinen Werbespot für ein Produkt. Und das Ganze mache ich heute nicht alleine, ich habe mir Verstärkung mit an Bord geholt. Der Fandon von dem gleichnamigen YouTube-Kanal ist heute nämlich mit am Start und er wird den zweiten Tipp vorstellen. Und wir wollen nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern wir wollen direkt durchstarten mit Tipp Nummer 1. Und deshalb sage ich Intro ab und bis gleich. Tipp Nummer 1. Setzt Licht nicht nur statisch ein. Klar habt ihr so ein gewisses Grundsetup, vielleicht ein Führungslicht und dann noch den Hintergrund ausgeleuchtet, aber meistens ist es so, dass Produkte gewisse Konturen haben, dass sie Oberflächen haben, die reflektieren oder Licht in irgendeiner Form zurückwerfen. Und da kann es eben sehr schön sein, wenn man Bewegung in das Ganze reinbringt. Und wunderbar geht es mit so einem Lichtstab, ich habe hier Astera Light Tubes gehabt, die sind ein bisschen teurer, aber ich habe euch auch eine günstige Alternative dazu in der Beschreibung verlinkt. Und da könnt ihr wunderbar eben schaffen, Bewegung in euer Bild reinzubekommen, Stimmung und wie so ein 3D-Scan euer Objekt zu erfassen. Und das ist dann eben schön, weil wir wollen im Film immer den ganzen Raum ausnutzen. Wir wollen nicht nur die zweidimensionale Ebene ausnutzen, sondern wir wollen Tiefe ins Bild bringen. Und das schaffen wir eben wunderbar, wenn wir dynamisch mit Licht arbeiten. Tipp Nummer 2 ist eher ein ganzes Setup, wie man es eben schafft, eine gute Grundausleuchtung hinzubekommen, wenn man Produktshots macht. Und dieses Grundsetup, das stellt euch jetzt der Van Dorn vor. Hi, ich bin Van Dorn und ich mache jetzt einfach mit dem nächsten Lichtsetup weiter. Und zwar nennt sich das Ganze einfach Top Down Lighting. Wie der Name das schon sagt, kommt es dabei einfach darauf an, dass man eine sehr große und vor allem weiche Lichtquelle hat, die das Produkt ganz soft von oben beleuchtet. Der Effekt, den man dadurch hat, ist relativ schön. Und zwar hat man dadurch einfach sehr weiche Schatten und alles wirkt ziemlich harmonisch. Und wenn ihr professionelles Equipment am Start habt, ist das Ganze auch relativ einfach zu realisieren. Man nimmt sich einfach zwei C-Stands mit einem Querarm, verbindet das Ganze und kann dann ganz einfach bei mir zum Beispiel mit einer Magic Clamp ein Licht daran befestigen. Bei mir ist das dann ein Aputure 300D. Darauf befindet sich noch ein Light Dome 2, also eine große Softbox inklusive Grid, also quasi so einem Honigwabengitter, was einfach dafür sorgt, dass das Licht sich nicht so viel streut. Und wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade zwei C-Stands zur Verfügung habt, gibt es auch eine sehr einfache Alternative. Und zwar stellt ihr euch einfach wie bei dem anderen Setup auch einen Tisch auf und könnt dann ganz einfach an einem Schrank oder was auch immer sich daneben befindet oder in ein paar Wasserkisten oder sonstiges, legt ihr ein Stativ einfach horizontal einmal drauf, könnt das Ganze dann ein bisschen beschweren und dann habt ihr auch eine Softbox oder ein Licht oder sonstiges, was einfach nach unten strahlt. An sich ist das jetzt schon mal ein richtig schönes Lichtsetup und wenn man dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen mehr Pep und Richtung verleihen möchte, kann man zum einen natürlich mit RGB-Licht einfach den Hintergrund farbig anstrahlen. Das sieht meistens ziemlich cool aus. Und in meinen Beispielaufnahmen habe ich dann auch noch in einem 45-Grad-Winkel von vorne eine relativ alte Softbox da vorgesetzt. Das ist jetzt nicht das hochwertigste Licht oder so, aber es reicht auf jeden Fall aus, um dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Kontur zu verleihen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Produktvideo mit ein paar Flaschen gedreht. Dementsprechend ist es da auch besonders wichtig, dass man einfach richtig viele Reflektionen hat, um die Flaschen überhaupt richtig sichtbar zu machen, dass die Kontur auch ersichtlich wird. Also hatte ich sogar noch zwei LED-Stangen von der Seite und noch einen Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite der Softbox, aber das braucht man alles nicht. Also für das Grundsetup ist auf jeden Fall erstmal wichtig, ein Top-Down-Licht zu haben, dann möglichst auch noch ein Licht im 45-Grad-Winkel von vorne und wenn ihr es noch über habt, sogar noch ein bisschen Licht für den Hintergrund und dann könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr coole Aufnahmen erzielen. Vielen Dank, Fandone, für dieses wichtige Grundsetup. Mit diesem Basic-Setup kann man wirklich schon mal viele Produkte super gut abfilmen und wir kommen jetzt zum abschließenden Tipp, Tipp Nummer 3 und der ist, arbeitet mit verschiedenen Lichttemperaturen und Farben. Wenn ihr zum Beispiel ein Produkt habt, das blau ist oder eine andere Farbe hat, dann ist es schön, wenn man zum Beispiel die Komplementärfarbe im Hintergrund wiederfindet. Wenn ich jetzt ein blaues Perfell habe und dann im Kontrast mit Rot arbeite, Orange, kann ich dadurch einen sehr schönen Kontrast und eine Tiefe erzeugen. Das ist ein mega guter Punkt, wo man eben nochmal eine schöne Bildstimmung erzeugt und was man auch wunderbar machen kann, wenn man zum Beispiel Gegenstände hat oder Licht durch zum Beispiel eine Jalousie fallen lässt, kann man auch sehr schön mit Schatten hell-dunkel arbeiten. Also man kann da auch nochmal Struktur ins Bild bringen, indem man sagt, okay, ich halte mal bewusst was vor mein Licht und erzeuge da durch Struktur oder Schatten und habe dann auch nochmal eine gewisse Dreidimensionalität. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man ein Produkt ausleuchten kann, dann schreibt ihr unbedingt in die Kommentare. Das war ein kleines Tutorial, das waren nur so ein paar Quick-Tipps und man könnte sich noch viel mehr in das Thema rein vertiefen, aber wir wollen es dabei mal belassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier unten dürft ihr mich gerne abonnieren. Hier links gibt es noch zwei weitere spannende Videos. Schaut auch gerne mal beim Fandon vorbei, der hat super coolen Content und wer mal Behind-the-Scenes-Einblicke bekommen möchte, der darf auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage an dieser Stelle zum zweiten Mal ciao.